Hallo, mein Name ist Nathaniel von Alphacool und hier seht ihr die Alphacool Eiswand. Und dazu gab es in der letzten Zeit einige Fragen und Rückmeldungen und darauf möchte ich heute eingehen. Erstmal vielen, vielen Dank für dieses positive Feedback. Ich lese jetzt zum Beispiel sehr schönes und informatives Video. Dankeschön. Wie immer eine große Freude eure Videos zu schauen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das hoffen wir sehr. Jemand schreibt wie immer sehr unterhaltsam, drei Ausrufezeichen und natürlich schicke neue Errungenschaft. Super. Oder einfach nur schreibt jemand geiles Teil. Kommen wir nun zu den Fragen. Als erstes, warum zwei Pumpen und was bedeutet redundant? Läuft eine Pumpe und die andere schaltet sich dann dazu? Nein, es ist so. So, redundant bedeutet, wir haben zwei Pumpen, die hintereinander arbeiten. Das Wasser fließt in die erste rein, in die zweite und geht raus. Beide Pumpen laufen vom Start sofort an. Fällt jedoch eine Pumpe aus, ist die andere Pumpe stark genug, das gesamte System am Laufen zu halten. Ist die Eiswand verklebt? Wo sind die Schrauben? Ja, deswegen hat es auch etwas gedauert. Wie man hier sieht, sieht man nichts. Es gibt keine Schrauben, eigentlich nirgendwo außer hier unten. Da sind die Schrauben. Der Deckel tatsächlich ist geklebt, darunter sind die Schrauben. Das heißt, hier haben wir eine reine optische Abdeckung. Sollte man mal an die Schrauben dran machen müssen, kann man den hier raushebeln. Er ist danach höchstwahrscheinlich verbogen oder zerkratzt. Deswegen gibt es diesen Deckel auch als Ersatzteil zu kaufen. Hier drunter sind dann die Schrauben für den oberen Bereich und unter dem Sockel sind die Schrauben für den unteren Bereich. Wie kann man die Eiswand auseinander bauen? Ja, wie schon gerade erklärt, hier oben gibt es die Schrauben unter dem Top. Hier unten sind die Schrauben ganz einfach sichtbar und es verlegt sich Stück um Stück. Ich kann also zuerst die Bodenabdeckung rausbauen, dann den Sockel, dann diesen Sockel und dann geht es hoch zu den Innereien bis von hier oben. Also es zerlegt sich Stück für Stück für Stück und ich empfehle eigentlich niemandem das zu machen. Es sei denn, ihr seid irgendwie so verrückt und wollt die in weiß lackieren oder so. Aber ansonsten gibt es keine Notwendigkeit, die Eiswand in irgendeiner Form zu demontieren. Nächste Frage ist, wie kann man die Eiswindlüfter reinigen? Nun, vorne und hinten sind jeweils drei Lüfter und wie schon gerade erklärt, mit der Demontage sollte man lieber vorsichtig sein. Also, was nun? Ganz einfach. Der Staub sammelt sich ja hier vorne in diesen Filtern, die auf beiden Seiten sind. Und deswegen kann man mit einem Staubsauger auch ganz einfach mal das Ganze wieder raussaugen. Das heißt, schön hier langsam vorhergehen, einmal beide Seiten und schon sieht das Innendrin aus wieder wie nach einem Frühjahrsputz. Lässt sich die Eiswand mit der Eisbär oder Eiswolf kombinieren? Gut, ich denke die Frage zielt darauf ab, was passiert, wenn noch mehr Pumpen ins System kommen. Weil grundsätzlich, man kann das hier mit allem kombinieren, egal ob Radiator, Behälter oder was auch immer. Aber was passiert, wenn ich nun hier schon zwei Pumpen habe und ich schließe jetzt noch eine Eisbär oder einen Eiswolf für die CPU und die GPU an? Nun, dann habe ich vier Pumpen und man sollte die auch wirklich in Reihe anschließen. Also bitte macht nichts mit Parallelbetrieb oder so. Und was habe ich dann? Ich hätte dann vier Pumpen. Ja, das gibt eine richtige Power in der Leitung und natürlich die vierfache Sicherheit. Also hier gibt es kein Problem, sondern das ist alles im doppeltgrünen Bereich. Wie groß darf der Höhenunterschied zwischen der Eiswand und der CPU sein? Nun, man könnte natürlich die Eiswand auf den Tisch stellen und den PC auf den Boden. Dann gibt es auch gar kein Problem. Stellt man beides auf den Tisch, auch keins. Aber ich kann verstehen, vielleicht möchte das jemand auf den Boden stellen und den PC auf den Tisch. Nun, das ist bis zu einer Höhe von 80 Zentimetern bis maximal so einen Metern auch gar kein Problem. Wenn das System auch einmal durchflossen ist, weil eigentlich hat man das Problem nur am Anfang bei der Entlüftung, eventuell stellt man dann die Eiswand noch neben den PC und kann sie auch später auf den Boden stellen, sollte der Höhenunterschied zu hoch sein. Für den laufenden Betrieb ist das kein Thema mehr und kann problemlos so gehandhabt werden. Was passiert, wenn die Eiswand umkippt? Nun, das kann ich hier mal demonstrieren. Also, wir haben hier wirklich eine recht hohe Standsicherheit. Das heißt, damit die Eiswand umkippt, ist es wirklich notwendig, dass jemand gegentritt oder sie umstößt. Das sollte auch niemand jetzt mal probieren. Wir selber haben das auch noch nicht probiert. Es wäre viel zu schade. Aber was ich sagen kann, ist folgendes. Rechts und links gibt es ein Aluminium, das richtig stabil ist. Hier oben haben wir einen Nylonbehälter, der ist praktisch unkaputtbar. Und innen drin sitzt natürlich der Radiator, der etwas Gewicht auch hat. Beim Umfallen oder Hinfallen könnte es natürlich schon passieren, dass eventuell irgendwas da mal nicht ganz heile bleibt. Also, probiert es nicht aus, bitte. Sollte es aber jemandem passieren, natürlich hören wir auch gerne mal euer Feedback. Aber an sich ist das Ding sicher und steht fest und ist für den stabilen Betrieb geeignet. Die letzte Frage, bin ich der überbezahlte Marketingboss? Ja, die Frage, denke ich, impliziert einfach, rede ich hier einfach nur alles schön und werde ich dafür bezahlt, sinnlos mich aufzuputschen? Nein. Ich bin seit langen Jahren der Geschäftsführer dieser Firma und das ist einfach mein Leben. Seit 15 Jahren mache ich das. Es ist einfach, wie ich bin. Und ich bin einfach begeistert, wenn man halt aus dem Nichts, als Student, aus dem Keller anfängt, nebenberuflich irgendetwas aufzubauen. Und am Ende stehen wir hier mit 250 Mitarbeitern weltweit und haben eine großartige Firma, eine großartige Marke. Und da brauche ich gar nicht jemanden, der mich pusht. Ich bin dann einfach fröhlich, freue mich an der Sache. Und das ist es, wie ich bin. So, das war es erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für die ermutigenden Hinweise und das Feedback auf YouTube, bei Facebook, per E-Mail. Wir sind echt dankbar, dass ihr so begeistert auch von diesem Produkt seid. Das war die Eiswand FRQ. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank.